hallo und herzlich willkommen thomas lempke hier mit einem neuen video der reihe thl in fahrt heute aus dem schönen elsass mir ist hier im urlaub ein thema begegnet was auch von meinen klienten oft an mich herangetragen wird und zwar geht es darum ich brauche eine neue arbeit mein beruf passt nicht zu mir ich muss was völlig neues anfangen was kann ich da tun und wo kann es hingehen darum soll es gehen da kommt jemand zu mir und sagt zum beispiel ich bin ärztin ich bin maschinist oder ich bin vertreterin und der beruf passt nicht zu mir ich bin so unzufrieden mit meiner arbeit ich will was völlig neues anfangen und wenn ich danach frage ja wie soll das denn gehen das neue oder worum soll es da gehen dann höre ich zum beispiel sachen wie ja ich möchte erzieherin werden oder yoga lehrer mit menschen arbeiten oder irgend so was ich höre also viele ideen zu einem neuen was was möchte ich machen und oftmals recht wenig aus sich selbst heraus zu dem wie dabei heißt ein neues was ein neuen beruf ergreifen das heißt natürlich immer dass man auch etwas auf gibt in was man viel investiert hat man hat gelernt man hat erfahrungen gesammelt man hat viele jahre darin gearbeitet nun ist die frage will man das wirklich einfach so wegwerfen oder lässt sich das vielleicht irgendwie reseiteln lässt sich aus diesem alten etwas nützliches neues machen und ich kann ihnen versichern nach meiner erfahrung ist es oft so dass ich da was neues machen lässt denn ein großer teil der arbeitszufriedenheit kommt nach meiner erfahrung nicht aus dem was aus dem beruf sondern eher aus dem wie wie wird der beruf ausgeübt mit welchen inhalten wird er gefüllt unter welchen rahmenbedingungen findet er statt wenn sie sich zum beispiel vorstellen ein arzt da macht es doch einen wesentlichen unterschied ob ein arzt in einem stadtkrankenhaus arbeitet im schichtdienst wurde zum beispiel auf dem land in eigener praxis egal was man favorisieren würde davon zwei völlig verschiedene arbeiten zwei völlig verschiedene tagesabläufe oder nehmen wir verkäufer vertreter da macht es doch einen riesigen unterschied ob ich irgendeinen kram verkaufen oder ob ich etwas anbiete was ich wirklich vertreten kann hinter dem ich auch stehe das heißt also das wie spielt eine große rolle wenn es um zufriedenheit geht wenn es um zufriedenheit mit dem beruf um zufriedenheit mit der arbeit geht es lohnt sich also über das wie nachzudenken und dafür sind die wirts leute hier von denen ich dieses schöne haus gemietet habe für den urlaub ein schönes beispiel wie ich finde die beiden sind sowas wie konditoren also keine bäcker sondern sie packen so croissants auch süße brötchen kekse machen torten und vor jahren stand so die frage ja jetzt haben wir ausgelernt jetzt haben wir so als gesellen gearbeitet sozusagen machen wir uns selbstständig oder machen das nicht und dann war klar bei einer selbstständigkeit üblicherweise heißt dass man mietet sich irgendwo einen laden da gibt es unten oder daneben eine backstube da fängt der eine früh um sechs an zu arbeiten dann kommt der andere macht irgendwie um neun um zehn das ladengeschäft auf und hat dann dort bis abends um sechs um sieben um acht oder so zu tun das war für die beiden als junge leute die auch in familie zusammenleben wollten jetzt keine besonders attraktive idee sich vorzustellen der eine fängt früh um sechs an zu arbeiten oder noch vorher und der andere kommen dann abends um acht oder um neun nach hause ja nun war die frage aber wie soll es weitergehen mit der berufslaufbahn weiterhin immer angestellt bleiben das soll das auch nicht sein konditor soll das schon sein ja was macht man dann und ich finde sie haben eine gute möglichkeit gefunden denn jetzt sind hier in frankreich grad ferien ich sehe auf dem hof die kinder rumrennen ich sehe die eltern immer hier mit auf dem hof die sind alle hier den ganzen tag zusammen und können trotzdem beide in ihrem beruf arbeiten und zwar folgendermaßen sie haben eben vom denken her dass was vom ursprünglichen wie getrennt und ein neues wie hinzugefügt wie sieht es aus es gibt hier auf dem grundstück neben dem wohnhaus noch ein nebengebäude in dem nebengebäude ist die backstube heißt das backstube bei konditoren ich nehme das mal an also daneben ist die backstube dort werden die backwaren hergestellt und dann werden die aber nicht in einem geschäft verkauft sondern die beiden bieten das ganze als lieferdienst an das heißt die leute aus der nachbarschaft bis hin zu hotels gaststätten auch firmen oder leute die eine hochzeit machen oder irgendwie eine andere feier planen rufen an bestellen was sie brauchen das wird dann an dem morgen frisch gebacken und dann am tag an die kunden ausgeliefert kein ladengeschäft einer von beiden ist immer zu hause zumindest die einige der in der backstube ist an tagen wo man frei machen will sagt man einfach ach dafür nehmen wir keine aufträge an bei einem laden sieht das immer komisch aus wenn dann alle daneben an auf haben und dann steht da auf einmal wir haben heute geschlossen weil wir gerade lust dazu haben wie ich finde ein schönes konzept und ein schönes beispiel dafür dass es sich lohnt vom denken her dass was vom wie zu trennen wenn es um den eigenen beruf geht führen wir uns doch mal vor augen wir können einen beruf nicht denken also dieses was dieses wort des berufes diese tätigkeit nicht denken ohne ein wie wenn sie sich zum beispiel jetzt ein bäcker vorstellen sollen dann sehen sie vielleicht eine große fabrik wo er arbeitet oder sie sehen jemanden in seiner eigenen backstube die hinten am geschäft dran ist am ladengeschäft oder was sehen sie wenn ich sage stellen sie sich ein lehrer vor die meisten menschen sehen dann einen einen mann oder eine frau vor einer schulklasse stehen aber muss das denn so sein wenn jemand den lehrer beruf gern macht gibt es dann nicht andere möglichkeiten wir wissen bei etwas nachdenken natürlich schon wenn es um näher geht da gibt es noch nachhilfe dann kann man natürlich auch mathe physik und sowas lernen aber man kann natürlich auch surfen lehren oder irgendwelche anderen dinge also noch ein bisschen mehr darüber nachdenken fällt uns das schon ein aber vielleicht muss man manchmal nicht nur ein bisschen mehr darüber nachdenken sondern auch sehr in die tiefe gehen wie lässt sich das was also mein beruf mit einem anderen inhalt füllen und mit anderen rahmenbedingungen zusammentun so dass ich ihn gern machen kann so dass ich ihn lieben kann und das ist eine frage die ich oft meinen klienten stelle wenn es so darum geht von irgendeiner ungeliebten arbeit von dem ungeliebten beruf wegzukommen wie müsste ihre arbeit gestaltet sein wie müsste ihr beruf gestaltet sein dass sie ihn lieben können und das ist die frage die ich jetzt auch ihnen mit auf dem weg geben möchte wenn sie vor so einer vor so einem schritt stehen denken sie doch erst mal drüber nach bevor sie gucken was mache ich neues dann denken sie da erst mal drüber nach wie müsste das was ich jetzt schon mache sein wie müsste das gestaltet sein wo müsste das stattfinden damit ich es lieben könnte in diesem sinne das war's für heute bis bald mal wieder dann wahrscheinlich aus deutschland ihr thomas lempke